Arnold Stürmische Sache, du. Stürmisch. Ach man, ey. So ein Mistwetter haben wir nicht in Kalifornien. Amerika. Amerika, du. Nur only sunshine. Only. Ja, hier. Da. Ah. Oh shit, den hätt ich haben können. Jo, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, ne? Scheiße. Da bin ich halt mitgefahren. Ich wollte sich die Lanze halten, irgendwie so. Der macht doch gegen Strom hier. Okay, komm. Banalie, Banalo. Na komm. Ich hab die Schnauze voll. Da kommt der Abnehmer. Ein Zunehmer. Jawoll. An die Lotte. Volle Lotte. An die liebe Leute. Friedhelm. Jaaaa. Passte. Nicht. Nicht. Oh nein. Die haben wir auch nicht. Keiner. Keiner will. Jaaa. Kalifornia. Sunshine in die Eye. In die Eye, Alter. Boah. Jaa. Jawoll. Holy shit, ey. Jetzt raus. Raus mit der Scheiße. Knalllos. Knallerlos. Knallerlos, ey. Reicht. Bratan. Geh ruhig, ruhig. Vorsicht. Vorsicht. Der kommt hoch. Hi Output. Herr Sohle. Hi Alarm. Oh, mit Gefühl. Mit Gefühl lobte das Ding über die Kugelchen. Wahnsinn. Wahnsinn. Was sehen meine Augen? Mit dem Heiligen Schein. Der Gaplex. Ja. Ein Traum. Hier. Ein Träumchen. Schießt um. Oh, Max. Sorry. Was ist hier los, ey? Oh, Vorsicht. Zugriff. Ja. Hinten drin wie ein Gladiator. Elf Oskars. Ja, hier da. Elf Oskars. Oh. Du Sau, du. Du bist aber auch ein Simpali, du. Simpali? Oh, was sei da, als er versprungen. Da juckt die Nase. Da war ein Steinschild drin, okay. Im Rase. Da war ein Steinschild im Rase, okay. Was schon da für ein Pressball hier? Oh, schön. Jawohl. Der hat kein, der hat kein, der hat kein, der hat kein Dings, kein Nitro mehr. Kein Boost. Ach. Ich verkacke aber auch. Ich bin, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, man. Ich bin bereit. Oh, kommst du. Ich kann's nicht, ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Ich bin bereit, Schosse. Easy, chill. Ich will das aber auch schaffen, wer jetzt? Kommt noch. Jawohl. Der Raider. Der Raider mit 18 Monaten. Glückst du sehen. Oh. Oh, scheiß Hals. Oh, reicht. Achso, okay. Der Hesse, Ole. Bisch aus Hesse, gell? Der Raider willkommen zurück, hör mal. Der Raider, du. Du bist doch als der Hesse, eh. Pude, Pude. Boah, scheiße. Ja, das war nice. Nur slow, oder so? Bin auch echt nice, gerade. Ja, nice. Ballerlos. Ja, oah. Ich bin risky. Ja, fuck. Er hat mein Boost. Ich hätte das riefen können. Warst kein Boost. Brauchst nur eine A-Taste. Außer Mail. Zadja. Zadja, immer, oder? Weg damit. Lass sie mal fahren. Lass sie mal laufen. Lass sie mal laufen. Lass mal die Leine locker, du. Müde werden, geh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Boah, nee. Hä? Warum haut er den dann in die Bandy, ja? Oh, oh. Oh. Kade, Mann. Jawohl. Er guckt nur mal hoch. Ja, ich habe es verschätzt. Kannst du aber nicht. Zober. Zoberleistung. Ein Mühle. Ja, ein bisschen mit Gefühl. Nee, nicht mit Gefühl. Ja, der fährt dran vorbei. Lass mal. Oh ja. Oh, der war aber knapp, ey. Egal. Knapp hält doppelt. Oder so. An Knappowitsch. Oh, den macht er hier fertig. Komm doch mal. Uts. Oh. Macht damit den Fallrückzieher, du. Da kommt's. Oh, was? Oh, ist das ein Ball, ey. Jawohl, kann er nicht. Aber jetzt. Aber dann mit der Breastwurst, du. Breastwurst. Breastwurst. Ah, schade. Ach, schade, du. Fuchsteufelswild bist du. Fuchsteufelswild bin ich da. Macht's einmal. Fuchsteufelswild. Jawohl. Jawohl. Rann mit der Siege. Hm. Oh, war es kaputt für Baum. Vorwärtsbaumrolle. Oh, ist schön. Stufe, Stufe 78, geil. Das sind Donutreifen, genau. Oh, der war schon mal gefunden. Da kam schon wieder die, Alter. Ja, okay, komm, jetzt nochmal. Komm, auf geht's. Okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir nachlegen. Wir müssen zeigen, dass wir definitiv die besseren waren. Scheiße, Mann, jetzt muss ich wieder meinen Discord starten, aber muss ich wieder aus dem Game raus tappen. Jetzt ist recht, würde ich sagen. Jetzt knallen wir die jetzt recht weg. Okay. Okay. Oh, der ist tot. Hä? Das ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Nee, deiner. Nur dolle Neube. Hör dich nicht. Hör dich nicht. Hör dich nicht. Das habe ich auch nicht. Okay. Nein, ich höre mich nicht. Ich glaube, scheiße, Mann. Ich habe gar keinen Rang momentan. Okay, 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 okay. Then let's do this, aber. Oh shit. Das sind so eklige Flugbälle, die irgendwie... Ich versuche immer zu fliegen, ohne den richtigen Boost zu haben. Er wird freundlich gejoked. Wie lange spielen wir noch? Ich weiß es nicht. Ich werde... Auf jeden Fall... Ich will eigentlich Obergrenze 0 Uhr. Weil, wie gesagt, fünf Stunden Schlaf sind ein bisschen tot. Meistens. Beziehungsweise... Ach, komm schon. Oh, nee. Die Grenze. Ich mach da nicht. Mach da nicht. Aua. Mist. Hätte ich schlauer anstrengen können. Gut Abend, Katie. Katie, yeah. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Muss aber leider auch ein bisschen winke-winke-Masterzwerg rein. Huch. Ich höre dich wieder. Jo geil, ich bin wieder da. Was ist denn das für ein Scheiße, ey? Ich fahr drauf. Okay. So ein Scheiß, ey. Oh, ein Scheiß, ey. Echt, Lull. Dankeschön. Ja, kein Bomb mehr. Ne, das war der Verzweifelte Rettungsversuch. Er hat es glaube ich einfach lassen können. Dann wäre er nicht reingegangen. Ja, stimmt. Oh. Eine leichte Verschätzung. Das tut weh bei der Berechnung, ja. Das tut weh bei der Berechnung, ja. Da war der Rechenschieber nur unterwegs. Der geht ebenfalls rein. Mir geht er nicht. Das ist zu langsame für. Was für ein Pressball. Das ist so lächerlich, ey. Schön. Schön. Schön geregelt. Also da man nicht. Ich hab den Follower. Jetzt euch die wieder nicht. Das ist so wird. Ich red auch gar nicht. Hallo. Hey. Wie konnte der nicht reingehen? Der hat einfach geblockt, man. Der hat einfach nochmal geblockt. Bei mir war der mit dem Hinterrad dran, ey. Aber ganz knapp. Jawoll. Genau so. Raus damit. Ui. Guck mal Boost. Oh. Ach. Ja. Baby. Ja. Geh. Geh. Ach schau. Er hat den Boost. Oh. Geh. Den Boost. Oh. Nee. Alter. Ja. Jawoll. Der passt gar keinen Boost. Kein. Oh. Haben wir nach. Scheiße. Haben wir nach. Mein Discord spinn auch oft. Meine Leute haben sie letztes Mal nicht mehr vor Lachen halten können, weil ich mich wie ein Roboter angehört hab. Oh ja. Das passiert auch oft. Das stimmt. Das stimmt. Ey. Ich verstehe nicht, was sie gebracht haben bei Discord. Das funktioniert doch nicht. Ich glaube, es vertrete sich einfach nicht mit irgendwelchen Windows-Updates. Weil danach hab ich das nicht immer. Ey. Sag mir, dass ihr das Finale gewonnen habt. Stimmt. Die Windows-Updates. Ja. Die verkacken halt meinen kompletten PC. Schon seit Jahren. Die Windows-Updates sind einfach das Schlimmste, was man machen kann, ey. Na. Ja. Zumindest ist das immer so ein Überraschungsei. Das stimmt. Manchmal ist es gut. Manchmal dann wieder Scheiße. Kannst du wahrscheinlich einen Monat warten, bis sie die Hotfixes reingeboilert haben. Dann kannst du dir die Sachen ziehen. Boah. Junge. Nee, ne. Doch. Doch, alter. Nice. Abgedribbelt. Sahnhäubchen, oh. Okay. Das ist scheiße, Maddy. Tag. Schade. Das ist... me. Jawohl, du stehst in der richtigen Enge. Alter, easy. Komm, Alex. Komm dran da, komm. Vielen Dank für die Blumen. Für die Blumen. Oh mein Gott. Ui. Egal, egal. Wie lieb ich. Komplett. Das hätte ich machen können. Perfekt. Der Rückpass. Angeschnitten in die Richtung. Komplett berechnet. Komplett berechnet. Das war nichts. Na komm. Oh nein. Doch, doch, ja. Doch, doch. Ja. Nee. Scheiße. Oh, das ist natürlich jetzt doof, ne? Ah, okay. Komm mal nicht mal hin. Weiter geht's. Ups. Was tust du? Ja, ich weiß... Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Hab den rausgehauen. Was hat der gemacht, Leute? Verpetzt den alle bei mir. Oh, da kommst du wirklich. Oh, ich hab mega verkackt. Oh mein Gott. Das war ultra. War schlecht. Was hat der Lenora gemacht? Was ist da passiert? Ich wollte prediken, hab dann zurückgezogen. Dachte, nee, nee, ich schaff's nicht. Mega verchockt. Oh, ja, 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 ja jawohl komm ich habe keinen Wunsch in so einen Scheiße ja hol mir den Schill in die Seile oh lol oh nein oh komm 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 halt ihn nur hoch nein Scheiße man auf geht's gibst du du wirst das noch mal spannender machen ja ist echt so Scheiße ich hab mich erwischt ja Panik schön so möchte ich's so lieb ich's Mami ich möchte die Panik in euren Autos spüren Martin das ist zuviel nicht das Thema Martin bitte jawohl ui der kam mit mehr Schmack ist also ratet haste ja komm zu dir Junge das war komplette Auseinander das war komplette Dings das war einstudiert oh ja das war endlich ey wir haben so lang trainiert dafür ne der Teeple es hat geklappt ey fass es nicht nice nice bin stecke geblieben Hilfe nice was haben wir denn da was ist das denn achso ein Dachaufsatz ich dachte das wäre ein Slime Ball oder so ey oh ja wenn das mal kein Spielzug war das war echt ein Spielzug ey das war der Todesspielzug einfach warte mal kann ich mal eben hier das war ein Zugspiel Zugspiel war das genau so ist richtig schon wieder die wir spielen die ganze gegen Lee ich bin grad nicht da ne ich bin grad nicht anwesend oh oh es geht los du musst mal eben Dings machen weil ok ich carry eben ja will ich die ganze Zeit aber egal macht ja nix Mary Turner danke für den Sub dankeschön 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 oh mein Gott ich bin so schlecht Mary Turner danke oder Marie Turner oder Turner ich bin da wo seid ihr ich hol euch alle weg Tina Turner ich turn gleich das Spielfeld hier Alter die Turntables komm nein so machen wir das nicht hä ich glaub jetzt bin ich langsam eingespielt ey jetzt bin ich warm jetzt treff ich jeden Fall ja 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 hab ich jawohl schön ich verlängere nix ich verlängere nicht ich hab halt verkackt ich wollte den Double Boah schön geblockt schön geblockt Junge und dann kommt er einfach in Richtung Tor waghalzig der Leno waghalzig Boah ich hab's berechnet 4-3-4 Clever Boah hr gente hat noch fast gekriegt ey Fitness auf geht's jetzt will das aber wissen ey Scheiße, da war ich komplett confused. Jetzt wurde er dich richtig. Mann, ey, gerade noch gefeiert, dann bist du auf einmal auf der anderen Seite, komm. Auf geht's, auf geht's. Pone Pone! That's how it works. This, now we dance. And now, we dance. Auf geht's! Puh! Nein, das sind keine Glückssituationen, komm. Hey, das ist alles gekämpft, Mann. Wir erkämpfen uns das. Eins zu nein für die Kläfe-Jugend. Ich halte Karsten sauber! Karsten Junker. Wunderschön. Oh, hab ich! Der ist für dich. Oh, fuck. Nein! Der Millimeter. Juhu! 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 Oh, ich hab's verschätzt. Juhu! 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 Let's go! Auf geht's! Auf geht's, Mann! Einmal chumpen lassen und dann weg damit. Drei zu eins, Baby! Das ist neun zu eins. Es wird real. Hau rein! Schau rein! Schau rein! Schön! Schau rein! Schau rein! Schau rein! Schau rein! Wann gerade Arbeit vor ihm? Schau rein! Ja! Juhu! 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 Mama Mia! Mama Mia! Bam, Baby! Alter, was ist denn hier los? 4-1! Bitch! Juhu! Oha! Oha, alte Taste! Juhu! Man kann's nich´glauben! Oha! Juhu! Pressball, dein Vater! Ich küsse deinen Ball! Hä? Küsse... Küsse... nicht, küsse.... nicht... lass diese pressball! Ich hasse sie. hasse hasse, hasse hatse... komm! Ja, flieg du mal. Oh utan... Oh mein Gott! Mann, ich wollte ihn weghauen! Ich war kurz davor. Es hat aber nichts da, da hat wieder nichts gestimmt. Guck mal, da wollte ich ihn das erste Mal weghauen. Der springt natürlich genau dann. Egal, 4-2. Wir lassen noch ein bisschen Hoffnung aufleben, weißt du? Und jetzt wird sie einfach im Feuer verbrannt. Fuck, ey. Das 0-1 ist nicht mehr real. Nächstes Spiel, die gehen eh alle gegen die. Das sind die einzigen beiden, die spielen. Jahu! Oh! Nein! Er hat mich weggekickt, er hat es geahnt. Aber das wäre wieder Dead-Template gewesen, Alter. Template. The Template. Oh, shit. Ich sehe nichts zwischen Regen. Was für Regen? Nein! Fuck. Ach, komm, Alter. Ja, wir müssen scheiße. Ja, das war jetzt komplett tryhard, ey. Damn, son. We'll fight this. Bruh. Bruh. Shit. Egal, komm. Nun bleib ich hin. Oh, ja! Oh, Feuer brav. Ey, ich schauke schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Ich auch. Ja, ja. Ach, ey. Ach, komm. Nice. Wir sind halt zu lange für die Geschichten. Oh, mein Gott. Haben wir, haben wir, haben wir. Der Outplay. War hier komplett. Einfach stören. Einfach mal rein in die Olga. Jawohl. Ich will es wieder spannend machen. Ja, ich wünschte es dir. Oh, ja, Baby. Der kommt reingeflogen. Na, nee, doch nicht. Es ist für dich. Ja, ich muss machen. Okay. Lass die mal fliegen. Obwohl, ich greife ein. Ich greife aktiv gerade ein. Bin wieder hinten. Das hat es alleine Regeln. Jawohl. Ui, 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 ui. Das ist aber jetzt ganz gefährlich. Ach, saß, saß. Hätte ich nicht mal dran gehen sollen, für dich zu kommen. Hey, Baby. Hammer. Boah, Moala. 300 Kammer. Ja, im Gym. Easy. Jawohl, Baby. Lauf geht's. In Stream reingedrückt. Nice. Immer da durch die Tür. Wuh. So muss es sein. So muss es laufen. Und nicht anders. Feinden Kräften, ey. Schön reingepresst, da die Wurst. Auch ein Black Princess. In den Darm, ey. Geht der? Ja, Mann. Alter, jawohl. Ich hab echt so nur abgebremst, ey. Der Antizipiermeister. Der Antizipierboss, sieht man das? Sauber. Sehr gute Leistung. Meine Nase juckt schon wieder, das heißt irgendwas, ey. Das heißt, wir haben Glück für immer. In Rocket League. Achso, nice. Jetzt für immer Pech. Vollerweise heißt es, es gibt Geld. Nehme ich auch. Ich bin reich. Ja. Oh. Mann, ey. Schade. Mann, ey. Aber schön, schön. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey.